Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen in beider Mannschaften. Der FC Pippin Tritt tritt mit folgender Mannschaft an. Im Tor Thomas Reichelmeier, die Nummer 2 Thomas Berger, der Käpt'n. Nummer 5 Burkhardt, Nummer 15 Daniel Barna, Nummer 17. Nummer 7 Burkhardt, Nummer 15 Daniel Barna. Nummer 15 Daniel Barna. Ja, es ist schon so spät. Ja, es ist schon so spät, es ist schon so spät, es ist schon so spät. Ja, es ist schon 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 spät.